Und jetzt kommt der Hammerfrau, ausgerechnet der Sultan, ausgerechnet Recep Tayyip Erdogan. Ausgerechnet der Sultan, ausgerechnet Recep Tayyip Erdogan, der Boss vom Bosporus, verkündet derweil eine Amnestie für Gefangene. Für welche? Ist Mafia-Boss und türkischer Staatspräsident nicht ohnehin irgendwie das Gleiche? Übrigens, der Chef der türkischen Religionsbehörde sagt, Homosexualität sei mit Schuld am Ausbruch von Corona. Meine Theorie ist ja, das Virus ist von einer Ziege auf den Menschen übergesprungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020